hmmm Das will ich mir gleich anhören. Eine Stunde 18, 46 Hallo und herzlich willkommen zurück zu Barujaks Raphnos Rätsel in Resident Evil nicht und Jill ebenso wenig. Wir haben am letzten mal durch ein Röntgenspiel herausgefunden, dass wir das Wort Cell haben. Und ja, das versuchen wir jetzt mal irgendwie einzutippen. Obwohl hier nur vier Schaltflächen sind. Okay, da kann man das anscheinend nicht eingeben. Okay, dann die Tür ist verschlossen. Die Tür ist verschlossen. Die Tür ist verschlossen. Hey! Hä? Okay. Kann man da denn irgendwas machen? Hebel zum Öffnen der Türschlösser, wenn sie nur die Schlösser an den Hebeln öffnen könnten. Was sind denn da Schlösser? Bin ich blind? Gibt's jetzt Schlösser für jeden Hebel nochmal oder was? Anscheinend. Wie dumm ist das denn? Egal. Ja, dann... Aber das sind wahrscheinlich elektrische Schlösser. Ja, ja. Dann nochmal gucken, wo es lang geht. Wir haben ja noch die anderen Tür. Nochmal zum Rankenrätsel? Ich glaube, da haben wir jetzt alle Informationen abgefrischt. Hm, lecker. Nomnomnom. Lecker Informationen haben wir hier. Mit Salami. In der Mitte ist noch ein Raum. Stimmt. Haben wir den schon untersucht gehabt? Der ist abgeschlossen. Können wir da das Cell einfügen? Hier lang. Warum? Aber ich bin falsch gelaufen. Dumme Kamerasteuerung. Vielleicht ist es nicht die Kamerasteuerung, sondern du. Ja. Go. Go. Ja. Achso, da. Ja, da. Okay. Okay. Ich kam mit der Kamerasteuerung nicht zu euch. Also mit der nicht existenten Kamerasteuerung. Okay. Hier waren wir aber noch gar nicht, ne? Aber wir haben eine Magnum Munition. Naja, die würde ich aber nicht mitnehmen. Okay, Blutspuren sind aber ein super Zeichen. Und ganz viele Monitore. Yeah. Oh je. LCD-Bildschirme. Highest Quality. Die wurden bestimmt verwendet, um etwas anzuzeigen. Ach, wirklich. No shit. Ich möchte übrigens grad nicht in den Raum dahinter, wo einfach... Da hängen nur Anzüge. Ja, genau. Ja. Anzüge. Oh. Blutiges Notizbuch. Warum nicht, ne? Äh, okay. Genom. Aha. Oh, wirklich. Ah. Oh. Ja. Hohohoho. Keller des rückwärtigen Friedhofs einzusperren. Ah. You got mail. Passwort is sell. Hm. Und was ist Login? Gast. 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 Moment. Ja gut, das kann ja dann Barry bleiben. Login ist Login und Passwort ist Passwort. So wie bei die nackte Kanone. Nein, umgekehrt. Login ist Passwort und Passwort ist Login. Versuch mal Barry einzugeben. Nee. Wieso Barry? Ja, komm. Dann weiter und dann sell. C-E-L-L. Wieso denn Barry? Barry hat auch... Oh. Haha. Wer macht denn so ne dumme Fuck-Animation? Ich find die geil. Ey, mich würde das aufregen, wenn das jedes Mal bei meinem Rechner kommt. Ich hätte die so gerne. Ohne Scheiß. Okay. Gast, was gibt's denn noch? Ja, wir hatten doch noch andere Namen. Wesker? Nein. Äh. Geil. Gimp? Nein. Geil. Ja, mach... Ich hatte gerne nochmal... Aber gut, das Passwort wissen wir schon mal. Wisst ihr das wirklich? Das muss ja sell sein. Sie muss das sell sein. Ja, weil wir das gerade herausgefunden haben. Wir haben ja noch zwei andere Wörter eben herausgefunden. Wer hier denn? Ada und John. Vielleicht? Ada-John. Okay. Login ist John... Mit H oder N? Mit H. Also H, N. Natürlich. Nicht Joe. Und das mal Ada, oder was? Ja. Verified. Ah, okay. Äh... Self. Ne, das ist... Doch, das... Ach doch. BAM, BITCHES! Wie geil. Die 3D-Animation unten links. Okay. Ich glaub dann ist jetzt die Treppe frei, oder? Ne, Quatsch. Die Treppe hoch und dann links. Können wir hier beides gleichzeitig aufmachen? Unlocked. Bestimmt sinnvoll. Sehr gut. Und das ist... Ich hab keine Ahnung. Ähm, gegenüber von dem Computerraum. Ah, okay. Von dem Röntgenbildraum. Also von dem Röntgenbildraum. Gut, dass ihr den Überblick habt. Stimmt, genau. Das blinkt doch da unten in der 3D-Animation. Ja. Ja, aber die 3D-Animation verwirrt mich noch mehr als die 2D-Ansicht. Egal. Ihr wisst ja, wo's lang geht. Go for it. Quit. Aber wir haben ja noch nicht mal den Raum komplett... äh, untersucht. Warum? Richtig. Achso, stimmt. Da hinten hängen noch die Mäntel. Anscheinend ist der kaputt. Gut, dass wir trotzdem überall reinkommen konnten. Links. Erstmal noch in die Dusche gehen, würde ich sagen. Hi. Hallo. Hi. Na? Ey, da ist noch was. Hm, nice. Sehr gut. Und da links? Ist ja noch was bei denen. Hm. Okay, die kann nicht aufstehen. Man weiß es nicht, ne? Vielleicht sind sie so White Walker. Okay, hier ist nichts. Hm. Dann hoffen wir mal, dass... Ach, Moment, da hat noch was geblinkt. Geh nochmal zu. Ja. Achso, okay. Sorry. Was hast du denn bitte für ein Gedächtnis? Wie war nochmal dein Name? Was zur Helle tue ich hier? Ja, genau. Ich kommentiere einfach, weil es das einzige ist, was ich geboren wurde. In diesem Leben. Ich kommentiere auch das Leben. Als allgemeines. Aber wenn ich alleine auf der Couch sitze oder so, dann denk ich mir auch so, ey. Schöne, schöne Wand. Und draußen windet's sehr. Wo müssen wir hin? Hier. Okay. Oh. Was geht ab? Hey, Ink Ribbon. Hat man was gehört? Vielleicht ist das Spinnenhaus hier oder die kleinen Spinnen, die da herumlaufen? Ja. Was ist das denn für ein... Was ist das? Hi. Hey, das war dein Kopf. Oh. Der ist doch nicht tot. Der ist doch nicht tot. Oh Gott. Das war hier. Hm, das ist... Oh... Sehr gut. Der ist aber... Ja, jetzt hast du den, aber... 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 Ich glaub, der geht jetzt hier nach. Oh, der kommt es flut. Ja, der kommt es flut. Ja, der kommt es flut. Burn this motherfucker down. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Was ist das eigentlich da für ein großes Ding? Dia-Filter. Nein. Können wir damit absprechen? Munition, Data... Haben wir hier drinnen? Nein, haben wir nicht. Hm. Was ist da drinnen? Wo? Da. Da durch die Luke. Kannst du da gut durchgucken. Ha. Er scheint etwas zu geben. Öffnen? Nein. Nein. Natürlich, warum denn nicht? Erstmal gucken wir. Ein Fax. What does the fuck say? What does the fuck say? Von Rancun-Katastrophen-Bekämpfungsausschuss. Natürlich. Wir würden das auch nie lesen. Ja, was ist denn jetzt drin? Problem 1. Toll. Super, dass es schon mal mehrere Probleme gibt. Mehr als die Hälfte der Forscher wurden mit dem T-Virus infiziert und sterben. Ja, Problem 1. Ja, natürlich. Okay, das ist schon mal... Wenn das das erste Problem ist, dann würde ich gar nicht wissen, was da noch... Okay, Sicherheitsprodukte bestätigen, wurden vollständig eliminiert. Okay, Alter. Nicht schlecht. Die haben sich schon einen Namen gemacht. Problem 3. Oh, doch nicht. Diese zwei Probleme reichen, glaube ich, vollkommen aus. Also wie? Ah, okay. Okay, ist da mit zahlreichen Opfern zu rechnen. Äh, okay. Ja. Ja. Alles tutti frutti, würde ich sagen. Ich sehe hier kein Problem. Ja. Ein Übertragungsgerät für den Passwort des Sicherheitssystems. Mit der MMO des... Ah. 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 Na sieh mal, na guck. Nur welche müssen wir jetzt verhindern. Die sind beide gleich. Weiß man nicht. Vielleicht, vielleicht. Ah. Dann brauchen wir noch eine dritte. Nr. Stoff nicht schütteln. Okay. Okay. Sieht aus wie ein Nachttankgerät. Für was? Okay, ist nichts passiert. Hm. Aber ich würde sagen, wir nehmen das Dia noch mit, weil das scheint, glaube ich, wichtig zu sein. Ja, wir haben ja jetzt eh noch einen extra Platz. Ja. Und wir wissen, dass wir hier noch Bomben haben. Vielleicht können wir die... Ah. Ah. Wir sind leer. Hm. Also warum zum Teufel haben wir sie da mitgebracht? Hui. Wieso auch der Deckel, wie so ein Mond darum herum fliegt. Können wir da irgendwas... Vielleicht im Deckel drin? Nee, ich glaube, da komme ich nicht hin. Wenn ihr jetzt... Jetzt sagt er dir nur, dass da rote Dia sind. Rote Dia. Rote Dia. Keine Versorgung. Merkmal. Okay. Und wieder zu damit. Trotzdem nehme ich die mit. Vielleicht möchte ich meine Erinnerungen festhalten. Okay. Merkt euch. Brandgranaten. Kann wir die nicht eins gucken? Nee. Nee. Dann ist es toll. Aber haben wir jetzt... Das ist so... Doch oben ist ja noch eine Tür. Dieses Spiel ist so die größte Hölle für denjenigen, der gerade irgendwie Fallout oder Skyrim gespielt hat, wo du einfach alles mitnehmen willst. Alles, was es immer... Das haben wir eben noch freigeschaltet. Aber bei Fallout hast du ja auch begrenzte Taschenplätze. Ja, aber da hast du dann Truhen, wo du die dann immer wieder reinbringen kannst. Okay. Dann müssen wir aber wieder zurück, will ich ja sagen. Weil da haben wir noch ein paar andere Sachen. Hier oben... Ganz oben ist ja noch da der eine Raum freigeschaltet. Stimmt. Den haben wir auch noch geöffnet. Hier oben, ne? Genau. Exaktement. Und wir haben... Und wir können auch Treibstoff auffüllen, wenn wir wollten. Wenn wir schon mal da sind, dann können wir auch direkt mal ein bisschen... Aber erstmal gucken wir den Raum an. Ich hab mich grad ein bisschen über den Schatten erschrocken. Wir hätten uns dann auch einfach mal doch die Munition mitnehmen können. Hey, what if... Ach, wir können ja gleich mal in der... In der Zwischenpause. In der Zwischenpause das machen. Genau. Braucht ihr nicht die ganzen Laufwege und dämlichen Sprüche von uns anzuhören? Ja, stimmt. Das wollen wir ja auch nicht im Let's Play. Doofe Sprüche haben. Und die 10 mal anhalten von Atax, um irgendwelche Körperteile von Chill anzugucken. Hallo, das ist das geilste. Ich mag auch so einen schönen Blick auf den schönen Ellenbogen. Könnt das nicht widersprechen, dass das das geilste ist. Da reicht es nicht im Modus. Das ist so nervig. Erstmal Zombie töten. Kein Zombie? Kein Zombie? Hey, da können wir jetzt die ja gucken. Wir können jetzt die ja gucken. Urlaubsfotos. Oh. Oh. Wie war nochmal der Spruch von Kolleg... Ne, von wie war's von Kolleg... Das ist ja ein toller Film. Zebrot. Ah, Moment mal. Projekt Kerbrot. Ach. Mit Tune. Ach. Hunter. Jetzt wirst du... Jetzt... Tyrant. Der ist neu. Ja, vor allem das rechte Ding, da haben wir gerade eben geöffnet. Wupsi. Hey. Aber wir sind da für heute mal ganz rechtzeitig mit der Sonnenbrille kennen wir doch. Er fängt doch mit W an und hört mit Eska auf, hm? Okay, das scheint wichtig zu sein. Soll ich das mal mit 4? Ja. 834. Warte. 834, ja. 1, 7, 0. 1, 7, 0. 1, 7, 0, ja. 6, 2, 3. 42. 6, 2, 3. Okay. Ich hasse Leute, die dieses Buchstabieren in Zweierkombis so. 46, 72, 98. Das hasse ich, wenn sie sowas machen, weil die deutsche Sprache dafür nicht gedacht ist. Okay. Wie war nochmal der Code? Können wir überhaupt, ich glaube so viele passen doch dann nicht rein. Wir probieren es einfach. 8, 4, 8, 3. Was denn jetzt? 8, 3. Entschuldigung. 4, 1, 7, 0. Okay, dann brauchen wir 4 davon. Haben wir das in Viererklötzen gesehen? Ne, warum? Weil da liegt ja noch mehr rum. Also da ist auf jeden Fall Gewehrmoni noch. Oh, nice. Also jetzt kriegen wir nochmal ordentlich Munition oder so. Ja, ich freue mich da nicht so drauf. Aufzeichnung der Überwachungskennung. Aber ich denke mal für das Rätsel brauchen wir dann auf jeden Fall die... Moment, war es schön, klar? Modisk. Ja, nochmal Modisk. Schön erstmal entmoanen hier. Ähm. Hm. Hm. Können wir nicht... Und... Wir haben doch noch die... Äh, die... Die Rolle. Die Farbrolle. Können wir die nicht verwenden? Da in dem... Die sind zwar rot. An dem DIA-Projektor. An dem DIA-Projektor. Wenn wir jetzt erstmal... Die sind doch leer. Stand da, das? Ja, aber verwenden. Ah, Werbematerial. Moment mal. Umbrella Corporations. Oh, jetzt ist es alles. Jetzt sehen wir wahrscheinlich. Warte mal. Guck mal, da steht MA 3 9. 0 3. Naja. 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 1 2 1. 0 2. Äh. Da steht gar nicht 0 2 1. 0 2. Ne. Da steht 0... 2 0 4. Okay. Jetzt kommt aber erst mal der Code. Ah! 8 4 6 2. Da brauchst du den nicht aufschreiben. Sehr gut. 8 4 war also doch richtig. 8 4 6 2. Von wegen 8 3. Okay, was haben wir jetzt? Wie crazy shit. Sie haben den Tyrannen freigeschaltet. Ja wirklich. Aber das Spiel ist wirklich sehr smart, was sowas angeht. Also ich finde es immer so geil, wenn man so Rätsel auch noch selbst lösen kann. Nicht wie irgendwie bei irgendwelchen anderen Sachen. Ja klar. Ach Kenneth, das war der erste Typ, der mir getötet hat. Also der tot war. Toll. Ich hab auch keine Ahnung von Filmografie. Das kriegen wir jetzt gezeigt. Was dazu ist das? Wow. Jetzt erst mal photoshoppen. Ja. Ah, Laborschüssel. Okay. Mehr nicht. Was hat er da nicht irgendwo das Gerät für die Mode ist? Sicherheitsprotokoll. Heliport für... Heliport. Ach ja. Hm. Naja gut, wir schauen uns hier in dem Raum noch um. Wir sch... Ja. Gucken jetzt erstmal noch ein bisschen... Da war irgendwas mit Tyrant wieder. Okay. Das ignorieren wir jetzt einfach mal. Wir sortieren mal unsere Items. Wir sammeln hier und da mal was ein. Und dann würde ich sagen, sieh uns nächstes Mal wieder, wenn es wieder heißt. Resident Evil. 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 Evil.